Ich brauche nicht wirklich viel, außer schlafen, trinken, essen, dazwischen Wellnessen und davon nur das Beste. Inmitten der südsteirischen Weinstraße haben Michaela und Andreas Muster mit dem Ratscher Landhaus eine Wohlfühloase geschaffen. Regionalität ist natürlich uns ganz, ganz wichtig. Wir sind mitten in die Weinberg. Wir haben viele lokale Produzenten rund ums Haus oder in der Region. Ja, wir waren die letzten paar Jahre sehr umdrehig im Betrieb mit Bauen beschäftigt. Und was geschaffen wurde, das zeigen uns jetzt die beiden innovativen Gastgeber bei einer ganz persönlichen Führung durchs Haus. Wir sind hier in unserem Wellnessbereich, wo man mitten in den Weinberg super entspannen kann. Auf insgesamt 500 Quadratmetern wird dafür gesorgt, dass der stressige Alltag zur Nebensache wird. Dazu kommen noch 1000 Quadratmeter Außenfläche, die ebenfalls zum Entspannen und Relaxen einladen. Zum Hotel gehören auch ein Naturteich, ein 14 Meter langer Infinity Pool und Hängeschaukeln, um die Seele baumeln zu lassen. Wir hatten schon einen Naturpool und jetzt haben wir noch einen Infinity Pool dazu gebaut. Und das ist natürlich top und kommt bei den Gästen sehr, sehr gut an. Hier sind wir in einem unserer Panoramazimmer. In den Panoramazimmern mit traumhaftem Blick auf die Südsteiermark gibt es genügend Platz für erholsame Stunden. Hier treffen traditionelle Naturmaterialien auf modernes Design und Komfort auf besondere Einrichtungselemente. Wir versuchen einen Platz zu schaffen, wo sich der Gast einfach wohlfühlt. Wir sind natürlich begnadet mit der Südsteiermark da in dieser wundervollen Lage. Es ist ein romantischer Platz inmitten der Natur, der dazu einlädt, zu zweit ein Glas Wein zu trinken. Hier sind wir an unserem neuen Weingartenrestaurant mit einem wunderschönen Ausblick in die südsteierischen Weinberge. Im modernen Weingartenrestaurant mit zeitloser Einrichtung verbindet sich die südsteierische Genusswelt mit kulinarischen Klassikern. Zum Essen gehört natürlich ein gutes Glas Wein aus der Region. Jetzt gehen wir in unseren Weinschrank und holen wir uns eine gute Flasche. Eine erlesene Kollektion aus 600 südsteierischen und österreichischen Weinen macht das Hotel zu einem erlebnisreichen Haus für Genießer. Hier wurde etwas geschaffen, auf das die beiden leidenschaftlichen Gastgeber mit Recht stolz sein können.